also die ist schon seit 20 jahren aber ist ja nicht schlecht unbedingt und dem sagt dann hier den musik rausholen und dann komme ich mit dem werkzeug wir versuchen nämlich gerade müssen wir dazu sagen wir versuchen gerade diesen steuersatz einzubauen nach dem ein werkzeug geordert wurde welches sich hier hat mich mit dem morgen nochmal an das mache ich morgen was hältst du noch von der körperlichen video drehen ich habe mich vorhin bei youtube geguckt auch mit videos über den einbau von riset steuersätzen gibt gibt es aber nicht und das video was so eingestellt dass über steuersätze ist bei steuersätzen ganz oben wenn man steuersätze reinschreiben ja wer der youtube aber gleich vernünftigt video darüber ist ja klar machen wir machen ja machen ja und jetzt naja fakt ist erstmal hier ein bisschen durchdenken halt also wie ihr mir das gesagt hat aber ich glaube ich rufe da vorher noch mal an du hast ja mit dem telefoniert er hat gemeint was ich möge doch bitte es erwärmen mit einer heizluftpistole damit sich jetzt ohne quatsch jaja hat er wirklich gesagt ja ja sich etwas dehnt und dann mit einem vielleicht etwas stumpferen gegenstand hier unten auf die kante prügeln und naja prügeln hat dann leichten druck ausüben genau und ich glaube ich mache noch ein paar fotos davon und schickt ihn per e mail damit sie mir mal also das ist ja hier wohl schon eine neuere und das ist aber hier also ist es gar nicht das modell 118 118 ich denke dass es so wie ein achtel war und hier unten ist glaube ich eher so die nummer oder oder so das ist eine allgemeine bauanleitung gucken doch hd l2 hdl 2 hdl 2 hdl also wenn es diese anleitung sein sollte dann fehlt mir auf jeden fall ein dichtungsring wieso nein dann kommt das hier dann wäre das ja nicht vorhanden das hier abgebildete f was ist ein o-ring ein o-ring habe ich nicht verloren gegangen ist ja nicht also ich habe ja nicht weiter damit gemacht ja also das steht dann ja vor eine richtig große herausforderung ach gott da zieht sich ja ganz schön hin wie lange bist du da jetzt schon dran im grunde genommen mit diesem steuersatz erst wart ihr aber chris king der ja irgendwie nicht lieferbar war sagt doch mal war dazu dennis seitdem du bist wollte ich bitte halt war davor hatten wir den ja auch schon gestellte ich bin davor schon gestellten urlaub gefahren und dann hat man fahrrad hier angespannt am sonnabend hatte und wollte den steuersatz eigentlich ausbauen nein gedacht aber ich bin ja auch jetzt an sich euro eignen natürlich nicht gemacht hast du jetzt hast du für das werkzeug schon 40 bezahlt hast also mit versand und allem war jetzt für das werkzeug zum einbau und der chris king ist nicht lieferbar das haben wir dann versucht bei ja ich war noch nicht im fahrradladen ich bin aber ich bin für die da zu sagen naja aber bis jetzt sie hätten sich gemeldet wäre jetzt bis jetzt liefern also vielleicht ist er ja auch jetzt wieder lieferbar oder so aber ich meine die hätten sich ja bestimmt gemeldet und beziehungsweise du hast ja auch bezahlt schon und ich habe ja auch bezahlt bei in der stelle und die meinten der ist nicht mehr lieferbar also so in der art und weise vielleicht auch zu dem preis einfach nicht mehr das kann ja sein dass er einfach nur teurer geworden ist oder so wie er sagte er werden doch einfach mal mit einer mit einer normalen nicht dass mich das ist ja hier die falsche abbildung dafür ist ja nicht der also wie gesagt das ist der die version die sich schon vor 20 25 jahren hergestellt haben und das hier ist die neuere ich habe da angst dass ich da jetzt irgendwas kaputt mache wenn du ihn erwärmst machst du noch nicht kaputt du sollst ihn ja nicht ausglühen also richtig aber das sollst du ja nicht ausglühen aber wir können wir können ja mal tatsächlich mal versuchen mit erwärmen ein bisschen druck aufbauen denn hier irgendwie wir können es ja mal versuchen mit erwärmen aber damit kriegt ja also ich soll den ring hier drinnen wohl erwärmen aber dann die außen aus du musst die schale erwärmen erwärmen würde man noch niemals rauskriegen das kriegt du euch ja nicht immer eingepresst deswegen kannst du mich die hoch nachbestellen die kannst du mal nachbestellen für 63 euro die komplette die komplette das system komplett die kraftwerke kannst du nicht sondern du musst du noch für 63 euro musst du das nachbestellen also ich sehe da eigentlich kein problem da drin das natürlich einzubauen wenn man jetzt diese druck du hast in die druck werkzeuge ne da nicht dann da da vorne diese druck stücken wenn diese druck stücken einfach diesen äußeren ringen natürlich als druck mit dem brauchst du dich ja gar nicht ausbauen aber kann man sich das nicht und da meinte er noch zu mir das ist extra so weil früher sind die beim einbau zerbrochen die vor die steuersätze deswegen geht man an der musste komplett ausfüllen das ist als wenn man ein rohr mit sand befüllt bevor man es biegt damit es nicht knickt ja weil ansonsten der durchstehen passt natürlich so nicht das muss das ersetzt quasi das lager denn da drin das passt ja auch nicht das ist ja auch zu dick dafür Moment mal Moment mal jetzt muss man aber wo ist denn das andere druckstück sieht es anders aus Naja das ist ja beides die gleiche nummer auch noch also hier sind ja zwei nummern aufgeführt einmal die 83 und einmal die 84 aber da die zuerst genannt wird denke ich mal dass das für oben ist also spielt das keine rolle also für unten wird es dann wahrscheinlich nicht großartig abweichen ich weiß es nicht ja und hier sieht es schon mal so aus ok dann kann man das ach hier passt das genau ins lager rein ah ja ok und so müsste das dann oben auch sein ja aber das lager verbleibt da drin ja 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 das ist doch da genau so aufgebaut halt also müsste man doch rein theoretisch wirklich irgendwie so raus bekommen ja also so passt es rein ok und dann setzt das hier unten auf und das lager bleibt drin genau das ist doch der grund da würde ich doch normalerweise nicht aufs lager drücken das ist irgendwie so ahhhhhhhhhhhh ja das ist das natürlich hier drinnen auch in diesem nutzi butzi da drin und nicht auf dem lager wenn du morgens zeichst hast dann lass uns das mal komplett irgendwie machen, wir klicken jetzt ob wir das da wärmen und rauskriegen aber der benutzt ja nix weil dick hier ja im lager drin ist so hier ist das ja dann da auch und warum haben sie denn das oben nicht aufweggelassen ey und dass man das dann selber einfach hinschiebt. Ich weiß nicht, warum der so preiswert war. Der hat 150 Euro für den Steuersatz. Das muss man ja mal dazu sagen. Es gibt ja wesentlich teurere Steuersatz. Und der Balkon direkt hätte der, der hier drauf abgebildet ist, glaube ich, 189 gekostet. Aber hätte ich gewusst, dass ich so nicht ihre Reignahmetabeln hätte. Du hast ja Werkzeug gekauft für 35. Mit dem Arbeitsaufwand und so, das kommst du ja auch selber bei raus. Ja, was machen wir jetzt? Wollen wir mal probieren, kurz warm zu machen? Ja, machen wir einfach mal. Aber dann brauchen wir wirklich irgendwas, womit wir denn von innen gegen töppeln können. Wollen wir rausnehmen hier, den Dichtungsring. Macht auf jeden Fall Sinn. Was du da unten da rauskriegst. Da, da. Aber wie willst du den da vorher jetzt rauskriegen? Du willst irgendwann eine Nagelfeile raus oder so. Ich habe keine Nagelfeile dabei, nur ein Messer, damit mag ich es bestimmt kaputt. Dann nimm noch eine Nadel. Ja, eine Nadel. Da, eine Nadel hier. Um die große erstmal. Wunderbare Idee. Deine Nadel. Mit diesen Ring, ohne ihn zu stehen, zu zerstechen. Ah, ja, okay. Es ist wirklich nur ein kleiner Ring. Na, jetzt aber. Oh, Glück gehabt. Mann, Dennis, du bist ein Genius, der seinesgleichen sucht. Danke, danke. Und jeder andere einfach hätte da drin hier im Bollard jetzt, so. Aber, und dann wäre eventuell das Lager, hat die halbe Lebensdauer vielleicht nur noch oder so, oder wäre vielleicht gleich kaputt oder so. Aber wir wollen es ja richtig machen. Also hier muss der Teil raus. Der Teil, weil hier eigentlich auch schon raus ist, so. Ja, nee, so rum. Das ist ja der Uni rauskriegen. Genau, es kommt aber andersrum rein. Ja, genau, das ist die untere. Die wird dann einnehmen, das Lagersitz. Da ist ja noch das nächste Problem. Ich bin gespannt. Hast du das denn überhaupt schon mal? Nee, hast du ja nicht probiert. Ja, das wird ja auseinanderbauen halt. Ja, so weit bin ich ja noch nicht. Oh, naja, gut. Also, ja, ja, wegen dem Ausfräsen. Ja, dann wegen dem Ausfräsen. Es ist wirklich kompliziert bei dem Steuersatz tatsächlich. Chris King hattest du wahrscheinlich einfach nur rufgesteckt. Zusammengeschraubt und fertig, ja. Ist aus Stahl, würde und nicht brechen. Würde und nicht brechen, ja. Ist ein Ding. Ja, was machen wir da? Chris King bestellen. Morgens sind alle zerlegt, eingebauten, habe ich ja nicht 15 Stunden nonstop auf Arbeit, sondern ruft der Fahrradladen an und sagt... Der Chris King ist da. Und ihr kriegt King ab. Ja. Und ihr King ab. Ja, und dann musst du dir aber natürlich noch ein Werkzeug bestellen, um den wieder auszubauen. Und den kriegst du hier so nicht mehr raus. Na, man könnte den in zwei Teile sägen, dann. Ah! Mit einer kleinen Pfeile. Mit einer kleinen Säge. So, wollen wir mal probieren, das warm zu machen, zu erwärmen. Ich hole mal einen Brenner. Da ist die Waffe. So schade. Das wäre gut gewesen. Da fehlt nicht viel. Tja, aber doch ein Stück. Aber doch ein Stück, ja. Das sieht hier. Achso, das hatten wir ja schon. Ja, das ist, äh, im Grunde genommen, ja, klar. Aber, äh, setzt das auf da? Ne, ja. Das ist auch zu... Also, wie gesagt, damit hätten wir... Damit könnte man es ja so einpressen, wie es ist, ne? Tatsächlich. Weil jetzt setzt der hier außen, genau außen drüber, genau das ist das, nämlich... Verstehst du? Ja, dann machen wir das einfach. Da machen wir das. Wir wollen es doch richtig machen. Ha! Oh. Wir wollen es doch richtig machen. Dennis, wir können... Aber, wie gesagt, das ist das doch. Das setzt hier oben drüber auf. Und ich meine ja, damit dieses verrutschen vielleicht nicht beim Einpressen. Alles gut. Würde hin, aber... Wir machen es richtig. Dann müssen wir uns jetzt mühevoller Kleinarbeit den Kopf zerbrechen und überlegen, wie wir... Das da rauskriegen. Aber das passt auch da rein, war... Steck mal nochmal rein. Das setzt auch die Ruf auf, war. Ne, das setzt auch das Lager auf. Da setzt auch das Lager auf. Das ist toll gewesen. Aufsetzt setzt der gleichmäßig auf. Können wir mal gucken, weil ich auch schon gesehen habe, als ich das die Winde da hinten gesehen habe, ob das funktioniert. Und dann halt... Da machen wir das. Da machen wir das. Ja, genau. Halt. Wir erwärmen es vorher. Es ist wahrscheinlich nicht... Lass es mal ruf da. Ja. Ja, na sicher. Und... Ja, was erwärmen wir denn jetzt? Tja, hui. Kostet ja nicht so viel. Nein, das ist... Kostet ja nicht so viel. Kostet ja nicht so viel. Das Altkin-Beinbruch, das sind 100, was hast du gesagt? 50, 60, 70, 80 Euro mittlerweile. 150, naja, die... 185 Euro, die wir jetzt dann wegschmeißen. Das machen wir gerne, nur um euch zu zeigen, wie es nicht funktioniert oder wie es eventuell funktioniert. Hinterher, je nachdem, ich mache zwei Versionen. Ich zeige euch, wie es nicht funktioniert. Und ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Damit wir hinterher natürlich rausschneiden können. Je nachdem, was geklappt hat, werden wir uns feiern oder auf die Schulter klopfen. So, einfach... Was wollte ich machen? Aber wieso? Du solltest das doch warm machen. Ja, so hat das mir... So hat das ja erzählt. Ja, dann machen wir es jetzt warm. Wir machen es jetzt warm. Und wenn es nicht funktioniert, tatsächlich, dann müssen wir es jetzt schicken. Du musst dann jetzt ein Teil und du musst dann deinen Gummihammer bereithalten, den du dann leicht auftocken kannst. Wenn es kocht, muss ich aufhören, was? Der muss doch unten drin sein. Vielleicht fällt es ja auch freiwillig runter. Vielleicht fällt es ja auch freiwillig runter. Kannst du mal anfassen? Naja. Was hat der Lack wahrscheinlich abwacht? Was für ein Lack? Das soll doch eloxiert sein, oder? Eloxal? Komm, gib mal einen Schlag. Brauchen wir mal. Ist ja auch eine Gummidichtung drin oben. Na, und drauf. Ist schon heiß. Kam's? Kam? Irgendwas kam. Da liegt ja. Ja! Na noch? Aber es stößt schon an hier, glaube ich. Dann mach es mit dem anderen Teil. Mit dem anderen, mit der anderen Seite. Einfach auf die Ecke herauf. Hier. Tada! Ui! Es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Sieg, 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 Sieg! Was ist jetzt gerade runtergefallen? Na, das weiste Teil. Ja, ja. Ich hab auch mal einen Kfz. Das ist ja unglaublich. Was ist denn los? Kuhlen Monoxid. Ja. Oi, oi, oi. Das ist so süß. Wow! Wow, 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 wow. Krabarbar? Ha, 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 ha. Na, ich bin ja keine Kfz-Werkstatt. Also, Nüsse mit einer 46er Größe braucht man selten, seltenst bei Fahrrädern. Wenn man einen Tigerpanzer hat, den äh... Ja, aber den machst du nicht mit Pedalbetrieb. Einen Tigerpanzer mit Pedalbetrieb, na halt, wer was? Ich meine, da könnten wir so kleine Panzer für Kinder bauen, die im Grunde genommen auf der Straße dann Krieg spielen. Aber, Tati, klappt jetzt. Warte mal, jetzt rennen die weg. Wo ist denn das jetzt alles? Ah, so. Und das ist ausgeschlagen ein Stück hoch? Na, ich hoffe doch. Das sieht erstaunlich gut aus. Also, da ist wirklich nichts dran, keine Irritation, nichts, gar nichts, außer Platte schauen hier an der Innenstelle, aber das ist nicht so schlimm. Ah, so. Das ist natürlich nicht. So, zeig mal jetzt. Passt das? Ja, jetzt passt es so wunderbar. Okay. Das ist natürlich ein Ding. Warum muss man das denn so machen? Nein, hätte man noch draußen lassen können, ja, und dann für den finalen... Ja, hätte man genauso wie unten, dass du denn... Dennis, hast du gut gemacht, fantastisch. Ja, haben wir beide gut gemacht. Haben wir sehr improvisiert. Wir haben genommen eine Tretlager-Einpress-Werkzeug plus ein Messschieber. Plus ein Messschieber. Steckt sie im Karton. So, das Problem an der ganzen Schicht ist ja folgende, dass... Das Teil hier schon eingepresst war. Warum auch immer. Das ist die obere Lagerschale. Jo. Da hast du schon eingepresst und diese kann dieses Presswerkzeug nicht ansetzen vernünftig. Dass man nicht vernünftig einpressen kann. Man muss es aber... Man braucht dieses Einpresswerkzeug, weil ansonsten drückt man einfach aufs Lager. Und dann geht das Lager natürlich kaputt, eventuell. Genau, wird es kaputt. Dieses Teil hat 35,70 gekostet. Hier, der Steuersatz hat gekostet 150, 150, aufgerundet. Im Angebot wahrscheinlich jemand. Bei einer Firma können wir die benennen. Die Firma können wir benennen. Warum denn nicht? Welche Firma war es denn? Was denn gekauft? Ich glaube... Also Versand, bei einem Versandhandel. Irgendeine Firma, die in Leipzig sitzt. Das ist eine Fahrrad24, glaube ich. Keine Ahnung. Irgendeine Firma aus Leipzig. Fahrrad24. Fahrrad24. So. Dennis baut jetzt auseinander gerade. Nein, 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 nein. Wir wissen, was passiert, wenn Dennis was auseinanderbaut. Er kriegt es nie wieder zusammen. Das stimmt ja wohl überhaupt nicht. Er kriegt es nie wieder so zusammen, dass es funktioniert. Das stimmt ja noch nicht so sehr. Er kriegt es nie wieder zusammen, sodass es gleich funktioniert. Naja, irgendwas muss ja jetzt. Ja, dann bitte positive Kreative. Er kriegt es natürlich sofort zusammen. Der funktioniert auch wunderbar. Das wurde ich gehört. Ja, ich was ist. Ah, Gabelbrücke wird entfernt. Obere Gabelkrone. Mal gucken wir aufs Datum. Bitte, bitte. Also komischerweise ist der Oja nicht so schlecht. Der Steuersatz hier war. Ja. 20 Euro gekostet. Naja, er ist 20 Euro. Funktioniert halt da nicht. Er funktioniert nicht. Was war dann eigentlich das Problem daran? An dem Steuersatz? Äh, das Problem ist einfach, dass die Steuersatz mit der Ring-Einpress-Tiefe bei dem Modell, zeige ich dir gleich, wenn, wird man irgendwann rauskommen. Naja, sag ruhig, was war das Problem daran? Und dann kann man besser sehen, dass der Gabel schafft von der Lagerschale aufgerieben wird. Weil es viel zu eng sitzt. Gucken wir uns gleich an. Aber wenn da bloß, ähm, was war das Problem, dann siehst du auch du nichts. So unten, da sieht man ja eindeutig, wie eine Ritz-Tit ist da unten. Da, genau, das ist es hier. Und das, äh, nee, das ist es, 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 das ist mal eine Schläuferin. Genau, aber das ist eigentlich schon von der Lagerschale hier vorne tatsächlich, sagst du. Jaa. Jo, denn es holte Dratt hier jetzt und jetzt bauen wir den Reset-Steuersatz tatsächlich ein. Zuerst mal, äh, zuerst mal, äh, bauen wir die alten Lagerschalen raus von dem 20 Euro Steuersatz oder so, wartet, ne? Ja. Das ist ein, was du hast, was für eine Marke? Oh, äh, die wies ich nicht mehr. Wies ich nicht mehr. Nein. Nein. Ja, 20 Euro, ein Steuersatz, der eigentlich ja nicht so schlecht ist, aber eben, wie gesagt, das, äh, das Rohr, das, nee, der eigentlich den Schaft einsägt. Darum bin ich es. Das war die alte, das war der FSA, der hat den Schaft eingesägt. Da war das nicht der jetzt hier? Nein, beide, also, beide, also, eigentlich, funktioniert nicht. Also, alter Steuersatz raus und der neue jetzt gleich rein. Der wird jetzt rausgeschlagen. Also, Ausschlaghilfe, bitte. Ja. So ein Spreiz, äh, wie nennt man das? So ein Wartenanspreiser. Hm. Spreiz. Spreizeisen. Das heißt, es hält halt nicht diesen Ansprüchen steigend. Na, dann mal los. Mit bedacht, ne? Passiert das schon irgendwas? Ne, da passiert nicht, mach mal. Na, ich will ja auch nicht. Wie ich so, ja. Hm. Jo, da haben wir den ersten draußen. Denne schmeißt das Werkzeug weg. Ja, so, fein. So kennen wir ihn. Und wenn der Dennis fertig ist, dann gehen wir los. Erste Schale draußen. Nicht zuhause nachmachen. Können nur Profis wie Dennis. Ja, 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 ja. Jo, wenn ich allerdings mal bestimmt im Keller, äh, Kämmerlein bin, dann lieben. Da ist es. Jetzt nach oben. Besonders clever. Na ja. Uh. Alle klar? Ja. Nummer zwei, wo ist denn hier die Abdeckung eigentlich? Äh, das habe ich in jedem anderen Zeugstuhl. Ja, da sieht man natürlich, hier ist das nicht so doll. Geringe Einpresstiefe, dadurch nicht so stabil, wie Dennis es gern hätte. Nein, aber da fehlt doch hier oben die Abdeckung. Ach so jeweils, ah ja, aber natürlich. Und dann ist das mitgemacht. So viel habe ich es nicht tun, oder? Ach, ich weiß nicht. Da liegt alles überall. Das ist, äh, nicht gut. Nein, 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 nein. Das ist alles. Ja, ich weiß nicht. Es ist Neko. Neko, Neko. Und eigentlich ist es ja wirklich gar nicht so schlecht. Also für, also ist ja runtergesetzt gewesen von 30. Original kostet dann 59. Also steht zumindest daran, wo ich ihn gekauft habe. Und Neko Steuersatz. Von 50 auf 30 und von 30 auf 20. Naja, nämlich nicht mehr wert ist. Das ist wahrscheinlich jetzt. Naja, aber guck doch mal ein bisschen die Lager. Der ist gut, ja. Ja, läuft ja auch sauber. Das war ja, ich habe ja keine Probleme jetzt damit. Naja, aber er hat einfach, äh, also die Lagerschalen, die haben so eine Arbeit. Das war nicht fest, dass der Seemil daraus geholt hat. Naja, Fakt ist, der hat jetzt ausgedient. Jetzt kommt der neue ran. So, jetzt schauen wir uns doch mal an, wie das aussieht jetzt hier, nach dem mit ausgeschlagen wurde. Ja, der lacht ist ab. Der lacht ist ab. Der sollte ja sowieso ab eigentlich. Ein bisschen sauber machen vorher. Schön planen muss jetzt sein. Da sollte man drauf achten, dass die Fläche schön planen ist. Störte dich. Shane, die Bremse, die leicht bremst. Von Haus aus. Ja, ich wollte mir eigentlich die Frage, Bremsen von Sale zulegen. Die kosten 160 Euro. Und dann habe ich gekickt, weil die Avid-Kosten, weißt du, was die kosten? 240 Euro. Eine. Eine. Ich habe mir gedacht, das sind Billigbremsen. Also, ich habe das im Halbschlaf noch geschnitten irgendwann. Ich hoffe, das ist alles noch dran. Also, wir haben natürlich hier diesen vorbereiteten Steuerschalen, Steuersatz. Steuersatz eigentlich fast komplett. Und da haben wir hier vorher diesen Lagersitz entfernt. Mit einer Heißloftpistole, das habt ihr ja gesehen. Und jetzt kommt hier diese Einpresshilfe mit rein. Diese Druckstift, wie auch immer man es nennt. Die muss man dazu bestellen, wenn man sich einen Reset-Steuersatz bestellt. Sollte man sich die Nummer mit dazu bestellen. Genau. Ja, Kosten 35,70 Euro. Für beide. Natürlich für beide, für oben und unten. Und nur damit kann man das gefahrlos einbauen. Damit werden wir hier zu sehen. So wurde uns mitgeteilt. Daumen nehmen wir das jetzt mal so hin. Wie gesagt, das passt wunderbar ineinander und setzt dann hier auf diesen Ring auf da drin. Und dann kann man jetzt zusammenpressen, zusammendrücken, einpressen. Genau, vorher sollte man nicht vergessen, wenn man das macht, die Lagerschalen einzufetten. Und zwar mit Hilfe dieses Teils nicht einfetten, sondern einpressen. Aber eben ohne diese Teile. Nee, warum? Ja, nee. Das brauchen wir hier. Das brauchen wir hier. Aber nicht das. Okay. Die natürlich nicht. Nö, das macht das. Weil, sehr quatsch. Okay. Jetzt siehst du an der Schrift. Das ist unten. Das ist oben. Das hier ist oben. Okay, wir setzen an. Endlich, ich fastet ja nicht, ey. Denk dran mit der Schrift, nicht, dass du am Ende andersrum haben willst. Schrift vorne, Schrift hinten. Scheiße, mir wird eh halt. Naja, mir eigentlich auch, aber wir machen das mal wegen Schrift vorschriftsmäßig. Oh, wie knapp ist das denn? Aber es passt, ne? Naja, natürlich. Ist ja in Deutschland produziert worden, also musstet ja... Ja, wie ein Flitzebogen. Der Dennis macht das Ganze natürlich. Noch weiter raus sieht's nicht, ja? Ah, naja, das reicht ja. Jetzt wird die dreht und die dreht. Denk bitte an die Position, weil hinterher verändern ist schwierig. Auch mal ausschlagen, bloß weil die Schrift nicht stimmt. Sollte man jetzt nicht machen. Hi! Ja, jetzt kommt das Rad abholen. Ist doch auch nicht so weit. Just eine Minute oder wir unterbrechen kurz. Okay, das haut alle zu hin, wa? Das haut alle zu hin, wir unterbrechen kurz. Werbe Pause. Ich drehe ein Video. Oh, Entschuldigung. Macht nix. Tada! Yay! Es sieht wunderschön aus. Ja! Soll ich einfach checken, dass der... Genau, mit der Sattelhöhe, da müssen wir mal gucken. Ja. Ja, sie ist happy mit dem Rad. Wunderbar. Das ist ja die Hauptsache. Sie ist darauf hingewiesen. Wir lassen uns so auf den Hinterrad und warst die als Lenker. Als Lenker, ja. Brauchst du aber nicht mehr als Griff. In dem Sinne. Okay. Na los, dann press mal ein in den Zinnova. Also man dreht und dreht und dreht und dreht und dadurch, irgendwann, wenn es denn hier unten einrastet oder ist es schon ein Rastet? Na ja, ich habe nicht gehört. Na ja, kannst du es runterziehen oder hochschieben? Achso, du meinst, achso. Ja, dann muss ich festhalten. Genau, dann dreht sich das langsam rein. Oben, so wie unten. Das ist schon ein tolles Werkzeug. Das kostet allerdings ganz schön viel Geld. Also den Steuersatz kannst du nicht mit einem Hammer einbauen oder ein Holzbrett, das geht nicht. Doch, kann man, aber man macht den definitiv kaputt damit. Also das ist... Natürlich gehen auch zwei Holzbretter tatsächlich und eine Schraubzwinge. Das kann man lüttet. Da musst du echt fünf Arme haben. Da muss man fünf Arme, genau. Man müsste diese Holzbretter festmontieren daran tatsächlich. Ist das jetzt korrekt oder noch lieber sauber machen? Wo ist der Lappin? Wieso? Du merkst doch, wann er zu Ende ist. Das ist ja Alu. Also ich kann jetzt natürlich mit meiner Kraft noch... Du merkst ja, ob es sich weiter dreht, so wie bisher oder ob ein Anschlag da ist. Nee, jetzt ist glaube ich Ende. Ja, dann ist es natürlich... Du kannst es trotzdem sauber machen. Einmal langziehen. Handtuch. Hier, Handtuch liegt mit meinem Auge. Wir warten. Ich habe hier einen besonders guten Platz dafür. Ich habe hier einen besonders guten Platz dafür. War irgendwie so... Nee, auf dem Automaten vielleicht? Ja, auf dem Automaten. Da liegt ein Lappin. Na, das sieht doch gut aus. Fantastisch. Ja, ist es drin oder wahr? Na, lass mich noch mal probieren. Ich drehe nochmal am Rad. Okay, drehe nochmal am Rad am Kniebel. Sozusagen. Ja, nee, das ist dann mehr nicht wahr. Dann löst man das Ganze. Und mit Werkzeug geht man aufgemachtlich. Wenn man sich in 20 Jahren dann den neuen Steuersatz kauft, weil der so lange hält, wenigstens, wie man hofft, hat man schon mal eine Einpresshilfe da. Ja, das war's. Einmal filmen, im Grunde genommen. So sieht's aus, ja. Das Werkzeug schickt man zurück, weil es nicht passt. So, jetzt kommt die Gabel dran. Bevor man das macht, gibt's ja hier von dem alten Steuersatz noch eine untere, ähm, wie nennt man das? Das ist der Lagersitz. Der Lagersitz, so nennt man das. Der wird natürlich vorher entfernt. Der alte ist entfernt. Und der neue knürchtet? Aufgesetzt. Ich hab das eigentlich sauber gemacht. Ich hab das sauber gemacht. Da kann jetzt kein Dreck hinbekommen sein. Den muss man aufschlagen. Mit dieser Hügel? So. So, das hält jetzt nochmal aus. Okay. Na denn? Wow. Das hört sich gut an. Schön satt, auf alle Fälle. Gott sei Dank, es ging nicht zu leicht. Wenn das jetzt wirklich sehr leicht draufgegangen wäre, quasi schon von alleine draufgefallen wäre, dann hättet das eigentlich beenden können, die Aktion. Weil das ja heißt, der Lagersitz sitzt nicht fest auf dem Gabelschaft. Dann braucht man auch das Lager nicht austauschen oder einbauen. In dem Fall muss der Dennis entscheiden, ob das jetzt schwer genug ruffing, sodass kein Spiel ist. Nee, wunderbar. Das ist so gut dafür gemacht. Na, dann hat man da kein Problem. Ansonsten werdet wirklich immer schön drauf achten. Es hilft nicht einfach nur einen Lagersitz rüber zu schmeißen, wo das untere Lager drauf sitzt, wenn der schlackert auf dem Gabelschaft. Das darf nicht sein. Kein Spiel. Ansonsten wieder ausbauen. Und da muss man was machen denn. Ja, und jetzt kommt ja das Spieltien, die Gabel wieder einzubauen. Immerhin haben wir den Lagerring rausgeprügelt auch, dürfen wir nicht vergessen. Leider ist das die falsche Anleitung. Wir haben die Bauanleitung für den neuen Steuersatz und ich habe den alten. Also der, der vor 20 Jahren entwickelt wurde und das ist eine Neuentwicklung von Reset, die ist etwas leichter zu handhaben. Ja, nun, sind diese Teile hier alle nicht da gewesen, aber er ist ja trotzdem vollständig. Also, ja. Ja, also drauf. Und wir dürfen nicht vergessen, den Dichtungsring unten wieder einzusetzen, den wir da rausgeholt haben, damit er nicht schmilzt, als wir das erwärmt haben. Ist er. Wo ist er? Zeig, wie sieht der aus nochmal? Wir haben es ja alle vergessen. Zeig mal so ein kleines Ringchen. Man, vier Augen sehen mehr als zwei. Ist so gut, ist so gut. Jetzt gewundert, ne, setz dich mal ruhig ein, ne. Da stört er da nicht mehr, oder? Der muss ja auch da rennen, jetzt. Weil der dichtet ja quasi ein Wassereintritt ins Lager ab. Ja, so wittet was. Schön, dass ich das vorher so gut eingefettet habe. Das ist, äh... Rutscht da permanent raus. Haha, nee. So. Da legt man erstmal hier hin. Die Kralle schlagen wir ein, bla bla. Hier ist die Kralle, um nachher, äh, die Kraft auf den Steuersatz auszuüben, um ihn richtig, ja, wie nennt man das? Um den Vorbau zu befestigen, brauchen wir eine Kralle. Na, die wird eingeschlagen. Ich glaube, die Kralle. Das ist ein Wurdaf ein Stück. Na gut, die kann man nur einschalten. Das wird in den Gabelschaft eingeschlagen, der Teil. Und da wird dann der Vorbau fixiert. Letztlich die Gabel fixiert, mithilfe des Vorbaus, mithilfe von Spacern, mithilfe von einer Abdeckkappe. Und so sieht's dann aus, wenn die Kralle eingeschlagen ist. Also wir nehmen die alte Kralle, die hier drin ist, weil jedes Mal jetzt eine neue einzuschlagen, das tut dem Gabelschaft dann ohne so gut, wird da rumgewürgt und rumgemacht. Bitte, bitte, Hochzeit. Tada, da, 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 da. Ja, das muss aber nachher irgendwie noch mal ganz schön zusammengequetscht werden, ja. So, jetzt wollt man die Brücke. La Krube, das ist eine Brücke gegen Kuhne. Und, ne, erstmal den. Genau. Erstmal den oberen Lagersitz. Äh. Ja, durch die, durch die Gummi. Das ist normal. Ja? Ja. Das muss ich ja so. Tragt er noch gerade dran? Nö. Hoffentlich nicht. Genau. Ist der Gummi noch drin? Ja, ja. Ja, darf man ja nicht rausrutschen, aber jetzt. Was haben wir denn hier alle? Das brauchen wir nicht. Den Aluring. Der Aluring. Das ist quasi das Zentrum, der macht. Genau. Ne, das hier noch. Ist es überhaupt davon? Nein, das ist nicht davon. Ne, das war denn, wa? Ja. Also, ja, okay, dann hol dieierochtze, den Vorbau. Ich schaue den Ruf. Und ich würde mal denken, du schlägst das erstmal runter, wenn du jetzt den Nagelsitz drauf geschlagen hast, nimmst du jetzt das Rohr, oder wie? Genau. Genau. Das geht. Kommt kaum auf alle Fälle. Ja. Ähm, nochmal lieber zur Sicherheit. Jetzt kann es ruhig auch. Nochmal. Ja. Aber jetzt, Vorbau. Von Hoop hat, kostet in der Version 109 Euro. Guckt euch das an, was das für ein Scheiß ist. Ich habe mir gucken, für 89 Euro. Wahrscheinlich, weil das so ein Scheiß ist. Der Dennis läuft ja schon viel, muss ich mal sagen. Also, ich weiß auch nicht. Nicht jeden, einen gut organisierten Arbeitsplatz. So. Die beiden war. DDT, DDT. So, richtig rumruf. So. Okay, wopp. Nee, das wird erstmal alles runterrutschen. Wie meinst du, äh, ich habe eher so die Befürchtung, okay? Das kannst du hinterher, wenn der Lenker drin ist und wenn das wieder dran ist, kannst du das alles nochmal testen. Das ist ja eine Preview heute vom feinsten Spanky-Panky. Spanky-Panky. So, und damit der zu lang ist, werden wir den glücklich kürzen. Ach du liebe Zeit, hat er ja nicht die Aktion heute, ja. Wo sieht der linke aus? Wunderschön. Ich würde es nicht mehr abschneiden. Wunderbar, ich finde es so toll. Nichts bleibt. Naja, das ist wichtig, ist ja halt der Fahrkomfort. Der ist wunderbar. So, er ist nicht mittig. Er ist nicht mittig. So, wie der Harley, ja. So, er ist ja noch nicht. Er ist nicht mittig. Ja, Gott, er ist doch nicht mittig. Alle Schrauben erstmal wirklich wieder zurückpacken, weil, wenn es so chaotisch ist wie bei uns hier unten. Bei mir meinst du? Bei uns hier unten und dann kommt ein Postrad dazwischen, dann sind die auf einmal im Postrad drin. Die wundern sich, na nun, warum rosten die Schrauben denn nicht? Ach, da haben wir ja Jute-Schrauben von Hochvorbau drin und wir wundern uns, was ist das denn? Ja, Schlitzschrauben vom Postrad. Stehst du da? Wie Blaseblub. Nicht, dass ich den Bindegang nicht richtig gefunden habe. Ey, na, das wäre ja schlimm. Aber geht schwerer, oder? Nein, Alter. Okay. Ein bisschen unsauber gearbeitet, die Winde, man merkt, die Schraube eiert tatsächlich in der Führung hier. Nur so ein bisschen anschrauben, es ist nicht... Endmontage. Endmontage, ja. Und das darf man hinterher natürlich nicht vergessen. Alle Schrauben nochmal prüfen, bitte. 42 Minuten. Die meisten Videos, die hochgeladen werden, sind geschnitten auf Gedeih und Verderb auf Länge, dass du wirklich am Ende gar nicht weißt, was kommt denn da an Arbeit auf mich zu. Du siehst zwar die einzelnen Arbeitsschritte, tak, 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 hintereinander weggenommen, sind das vielleicht am Ende 5 Minuten, 9 Minuten, so in dem Bereich. Ist natürlich auch so gemacht, dass die Leute dabei bleiben und sich das angucken. Genau, das ist ja ein Problem. Das andere, aber das viel größere Problem daran ist, du siehst gar nicht, wie viel Zeit ist denn tatsächlich, was nimmt der nicht in Anspruch. Und du siehst, wir sind hier nicht total organisiert. Wir haben das Werkzeug eigentlich da, wir haben die Montagemöglichkeit dafür. Und selbst bei uns dauert soweit ungefähr 2 Stunden tatsächlich jetzt. Weil wir haben ja schon mal vorher den Ausbau von dem anderen und so. Also vielleicht werden wir am Ende auf 2 Stunden kommen. Wenn wir wirklich alles direkt vorbereiten können, bei jeder Arbeit, also wir legen uns die ganzen Teile hin, wir legen uns das Werkzeug, das wir brauchen dafür hin, dann kommen wir vielleicht auf eine Stunde hintereinander wegarbeiten, ohne nebenbei noch ein Video davon zu machen. Das raubt ja auch viel Zeit, darf man nicht vergessen. Das lenkt ja schon ab und man erklärt viel. Ansonsten arbeitet man ruhig hintereinander weg und ist auch schneller. So, der Dennis baut jetzt erstmal das ganze Cockpit, so nennt man das beim Rad ja tatsächlich auch, komplett auseinander, was an dem alten Lenker dran ist, damit das Gewürmer verschwindet. Die Bremshebel ab, die Griffe ab. Die Bremsleitung muss noch gekappt werden. Also direkt natürlich, ja, ist ja Hydraulik. Das sorgt dann auch dafür, dass alle Duty ölt ist. Hier, ich hoffe, du schneidest das richtig durch. Äh, tschau mal, tschau mal. Da läuft's einem kalt den Rücken runter. Jo, das gebe ich gerne an dich zurück. Ja, war quasi, äh, was kriegt denn dafür? Reset 118, HDAL2, fantastisch. So, der Dennis macht jetzt mal eine Probefahrt. Gibt's mal kurz halten. Ich hab ihn jetzt nicht, nee, ich hab ihn hier irgendwo hingegelegt. Jetzt mach's mal fest für die Probefahrt, erst mal um die Lenkerlänge. Vorsicht, links und rechts. Ja, die Gehwegbegrenzung war. Ach, nimm da noch ein bisschen reinbasteln. So, ich hab nicht so keinen Forderab, Bremse ab. Nee, 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 nee. Ich bin ein bisschen stolz auf dich, das ist fantastisch. Ganz toll. Nee, der ist sie. Hoff, du Hust. Boah. Benna, was ist hier los? Na du. Moin, Alex. Hallo. Neh, nicht. V, 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 V16. Hast du die? Genau. Und die Steuersatzmontage ist eigentlich damit abgeschlossen? Ist abgeschlossen, ja. Der Steuersatz funktioniert. So sieht's jetzt erstmal aus. Ja, der Steuersatz funktioniert. Ja. So sieht's aus, wird noch ein bisschen nicht sauber. Ich hab's natürlich hier, die Fettreste dann noch weg. Und dann, ja, ist der super, also toll. Das weitere Fahrergebnis, Fahrerlebnis, Fahrergebnis, Test, wird Dennis uns natürlich berichten. Oder auch nicht. Weil er nicht mehr kann. Und dann ist das. Vielen Dank.